Hallo, da sind wir wieder. Ich, die Pegasus und der Speedy. Hallo. Und wir sind immer noch dabei. Hier, wie ihr seht. Aber ich glaube, wir haben es bald geschafft, den Stall fertig zu machen. Wie weit bist du mit dem Dach? Ja, die Hälfte habe ich. Die Hälfte hast du. Ja, aber was habe ich noch im Material in Steck? Ja, ein bisschen was habe ich noch. Gut. Dann bewege ich mich direkt mal aufs Dach hoch. Und was mache ich? Weiß ich nicht. Ich mach nichts. Machst nichts? Das war nicht viel, dass nichts... Ah, nein, nein, nicht wieder runterfallen. Hm. Ne, ich habe gerade was geguckt. Ich war mal laut, Kopfhörer zu schlau, leise. Ich war immer so laut. Bin ich zu laut? Nein, ist gut. Ich muss ja mal lautstecken. Ich war ein bisschen ohne Regen. Okay. War irgendwie auf immer laut vor. Keine Ahnung warum. Ähm. Ich habe Erde eingesammelt. Ja, du kannst Steine reinmachen, wenn du willst. Die Mauer. Bruchstein? Ja, Holzstämme hast du nicht mehr, ne? Ähm. Eiche Holz. Moment. Habe ich noch. Nein. Ich habe noch Fischte. Sonst hätte ich gesagt... Hier. Ja. Ich habe gerade zwei Stämme hochgezogen. Rechts und links. Dann Mittelfenster rein. Eiche? Ja. Dass man eine Art Balke noch hochzieht. Und der Rest dann Bruchstein oder? Und der Rest kann ich mit Bruchstein ausfüllen. Man zieht nur zwei Balke hoch. So Stützbalk mäßig. Mhm. Und der Rest mit Steinen ausfüllen. Und in der Mitte machen wir dann Eisenkitter oder irgendwas rein. Okay. Was willst du da? Oder? Ja. Ach, wie komme ich? Ah, scheiße. Oder Grascheiben. Kann man auch machen. Ist egal. Hm. Ich werde aufs Dach doch hochkommen. Was wollte er jetzt? Du wolltest... Genau. Eichenholz. 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 Eichenholz und Bruchstein solltest du sein, ne? Ja, genau. Reicht ein Stack? Ja, dicke. Das sind vier hoch. Also acht Stück rechts und links dann. Ähm. Okay. Toll. Und es wird schon wieder dunkel. Ah, es ist nichts Neues. Das sieht lustig aus. Hm? Auf dem Dach, das. Mhm. Karlsorn auf dem Dach. Karlsorn auf dem Dach. Karlsorn auf dem Dach. Kennst du Karlsorn? Mhm. Lüg nicht. Du kennst Karlsorn gar nicht. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Oh, irgendwie so ein Kinderfilm. Super. Irgendein Kinderfilm. Ja, genau. Ja, genau. Hier gibt es ein Kinderfilm. Kann man ein paar Fackeln machen. Mal gucken. Einer weg. Einer weg. Was war das? Was war das? Das war das. So. Gucken wir mal Licht hier. Jetzt ist alles dunkel. So. Das ist fertig. Jo. Das ist fertig. Jo. Da kommt dann nur noch die Decke drauf. Wo wolltest du die Balken hinhaben? Moment. Wo hast du da wo ich jetzt die zwei Slips hingesetzt hab? Wo? Ja. Dann hab ich's richtig gemacht. Genau. Äh. Plasterschein Slaps hab ich nicht mehr. Ich hab noch neun Eisengitter. Die wird reichen rechts und links. Vier stecken jeweils. Das Fenster. Hm. Toll. Dann kannst du dich nicht hinstellen. Dann muss ich zurückholen, ob ich eine Runde baue. Genau. Ja. Da spülen wir dann nur den Pflasterstein gerade aus. Okay. Okay. Da wolltest du ein Fenster drin haben, ne? Ja. Oder Eisengitter oder Fenster. Je nachdem. Okay. Ja. 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 Da ist sowas unbestimmt. Was? Ja. 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 so noch hier vor einer habe ich bin fertig so es fehlen noch stein stone slabs hätte ich mittlere reihe zu machen ich habe leider keine mehr da ich auch nicht okay ist überhaupt ich rennte auch auf dem dach um das ist aber sonst so guck so jetzt muss ich erstmal gucken wie weit das dort geht also soll ich slabs machen ja kannst du machen aber ich brauche eh nach hier oben so jetzt muss ich erstmal gucken wie viele brauchst du denn so 30 rum bestimmt säge was macht wieso macht er das denn ach so ich habe falsch stopp gedrückt hm also 30 wird das nicht brauche ich noch steine drei stück habe ich noch da kommt schon da war ich weit mit ok ich habe ein stack ok wo hin und moment moment ich komme erst mal loch bin so setzt sie einfach hier oben an da und vorne her nee net unten drunter lebe dran nee hm 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 moment eine habe ich noch ein stück ja genau ach das das dach zu ist aber an die slabs dransetze genau kannst du die reihe durchziehen ja das habe ich verstanden Gut. So, um... Oh, schön. Ich bin dabei, dass die Kniebel zu hauen. Und wie verbindest du die dann? Ähm, oben dann, über die Kniebel. So, wir landen schwer zu 1, 2, 3er Höhe. 4. Ich glaube, dasselbe Höhe sein. Wie hab ich das gewusst? Komm ich da noch hin? Ich glaube, jetzt bin ich auf dasselbe Höhe wie Trübe. Fall ich da runter? Ne, ne? Okay, und jetzt? Ja, ja, ja. Mhm, mhm. Ich hab keine Ahnung. Achso, soll ich hier auch Steine reinmachen? Ja, kannst du auch Steine reinmachen. Oder kannst du auch da die Gäbel mit Holz auslegen? Okay. Je nachdem, wie man es mache. Und da wolltest du eh so eine Art Terrasse von der Trannenmacher. Mh, ja. Ja. Hattest du was gesagt? Ähm, da fällt mir grad ein, aber dann müssen wir das hier auch noch mal ändern ein bisschen. Wo bist du denn du? Auf dem Weg zu dir. Ich bin mal hier rüber. Ja, am Dachzimmer. Ähm, hab ich noch Slaps? Ne. Wahrscheinlich nicht. Fichtentreppe, doch. Da hab ich... Ne, das ist Treppe. Das ist keine... Das sind keine Stufen. Fichtenstufen hast du keine mehr, ne? Meine sind schon 30 Stück, aber die brauche ich selbst hier auf das Dach. Hoppla. Ich rede nicht von Treppe, sondern von Stufen. Äh, doch. 14 hab ich noch. Ich wusste das, dass du mich wieder verwechselst. Das glaube ich dich treff. Machst du? Ähm... Ja. Gut. Ja, ja. Weil dann muss ich das hier nämlich ein bisschen anders machen. Und zwar... So. Weil sonst hat man ja gar nicht die Möglichkeit auf die Terrasse draußen hin zu gehen. Muss ich hier... Loch lassen? Oder mache ich solche... Oder... hm. Ich weiß nicht. Ich mach das... Ich mach das jetzt mal nochmal weg. Ich mach das ein bisschen anders. Ich mach das. Ach, das war ein Tross. So. Genau. Da kann man hier nämlich lang gehen. Und dann kann man das eigentlich rundherum zumachen. Und so. Genau. Und dann kann man da so nach unten gucken. Ja, okay. Das kann man so lassen. Ja. Ich würde die Terrasse nach draußen aber dann mit Fichtenholz oder mit Eiche. Ja. Eher mit Eiche, oder? Ja. Eher mit Eiche, oder? Das passt aber dann weniger hier rein. Würde ich mal so sagen. Vom Stil her. Vom Aussehen. Hm. Also. Dann. Fichte. Ja. Würde ich sagen, dass es gleichmäßig wirkt. In der Optik hier. Hm. Das ist natürlich falsch. So. Ich muss sowieso runter. Ich muss sowieso runter. Ich muss sowieso runter. Ich muss mich dann noch Holz holen und... Oh. Was denn? Hast du schon was vergeschmissen, was ich nicht vergeschmissen wollte? Falsche Taste. No. Das passiert mir auch. So. Mach mal so einen ganz kleinen Balkon nur. So zwei breit. Das reicht dann auch schon. Und dann... Ja. Das reicht, ja. Vorne so einen kleinen Zaun hin und dann... Reicht das. Gut. 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 Dann bringen wir noch Glas mit. Hm. Haben wir überhaupt noch Glas? Weiß ich nicht. Und Cobblestones. Bitte. Wir haben noch Sand. Soll ich brennen? Ja, weil ich brauche für das Dach hier Glas. 45 Glas habe ich. Ja, das sollte reichen. Nur ein paar Glasscheiben. Meinst du reicht das? Müsste reichen. Dann brauche ich den Sand nicht brennen. Äh, bring die mal mit. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Bruchstein. Bruchstein. Äh, Holz... Holzbalge hast du noch in Stecken. Ähm. Das Fenster hinter. Ja. Okay, gut. Äh, ne. Das wollte ich, ne? Ich wollte, 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 wollte. Fichtenbretter. Ja. Und Cobblestones brauche ich. Fichtenstufe. Fichtentreppe brauche ich nicht. Oh, das war das. Was wolltest du? Cobblestone. Ja, hab ich schon. Ja, hab ich schon. Seistex. Ähm. Glas habe ich dabei. Eichenholz habe ich dabei. Und dann halt für mich die Fichtenbretter. Und dann brauche ich noch... Da war noch Eichenzaun, genau. Den brauche ich noch. Und dann hab ich auch schon. Oh Gott. Glaube ich sie müssen. Und dann hab ich auch schon. Oh Gott. Oh Gott. Und dann, äh, hier. Ähm. Gut. Ähm. Eichenholzholz, ne? Ja. Bitteschön. Ähm. Klar, Sonnisch. Cobblestone, Sonnisch. Äh. Koppel. Koppel. Oh, warte. Das ist ein Steinziegel, wo du mal geb hast. Okay, Cobblestone. Oh, warte. Das Bruchstein habe ich noch drin. Ja. Ja, und da schwebt noch ein Zaun rum. Oh. Warte. Ähm. Das da kriegst du. Das kriegst du. Ja. Tauschhandel. Ja. So, wie komme ich jetzt drauf? Mal Dachluft. Weiß ich nicht. Muss fliegen. Ja, toll. Schmuhmacher. Ups. Hm. So. Ja. Von unten ist es okay. Und dann noch halt hier so zwei Stützbalken hinmachen. Wenn das überhaupt geht mit den Slaps. Wahrscheinlich nicht. Ich wusste es. Hm. 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 Ähm. Hast du Fischtenretter? Ähm. Ne. Aber nur ganze Stämme. Komm hier an der Wald weg machen. Da kann ich ja die Endung nachschmeißen. Ne, ne. Ist okay. Dann mach ich das anders. Dann mach ich das mal hin. Dann mach ich das mal hin. So. Ja. 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 Das gefällt mir. Und dann machen wir jetzt oben noch den Zaun dran. So. Ich bin grad aber lege wie mir jetzt oben ist. Glas. So. Mach mal hier so. Einmal. Zaun. Einmal. So. Zack. Zack. Fertig. Mhm. Gut. Ah. Glas. Glas. Glas scheiben. Glas scheiben. Glas scheiben. Glas scheiben. Hm. Glas scheiben. Ja. Genau. Fertig. Ja. Es scheint zu reichen, ne? Hm. Ja. Ich hab jetzt noch 22 Stück. Das reicht. Mhm. Ja. Und da noch einen hin. Und dann mach ich nämlich hier irgendwo die Häupe einen. Das gefällt mir irgendwie noch nicht so. Ich glaub ich würd das auch anders machen, aber... Also hör sich nicht wo you Military thấy damit floppy. Uh moment nie. Man的 ab 30 dias. Wir müssen das auch Erde umtó tighter machen. Ich bekle michantee das. Ja das. Es gibt eine, die Zander gehabt haben.